Die unendliche Energiequelle Inklusive Pläne zu besorgen Sonst weiß die ganze Welt, wer ihr seid Ich schicke euch noch alle nötigen Infos Und wenn du zwangst, wenn du eine tatschst Wirklich Also Mami, wir kommen Alles klar Aber nimm dir noch den Benni mit Danke, dass ihr alle so schnell Kommen Unsere Identität steht auf dem Spiel Wir haben 48 Stunden Um die unendliche Energiequelle zu stellen Und ihre Pläne Laut meiner Recherche befinden sich die Energiequelle In diesem Haus Wir haben ein Modell und zwei Pläne Um unseren Raubüberfall zu perfektionieren Ihr wisst ihr, was ihr zu tun habt? Los! Verbindungscheck Skipper, hörst du mich? Klar und deutlich Nein Klar und deutlich Benni, bist du auch bei uns? Benni? Na, hast du klar gesehen? Vorher liegt jetzt bereits das erste Hindernis Der Raum ist nämlich mit Laserschranken gesichert Das ist der Job für den Nein Nein, bekommst du das ein? Ich bin schon dran Verdammt, wir haben ein Problem Um die Laserschranken zu hacken Auf dich 10 Taschen die Liste drücken Skipper, kannst du übernehmen? Mit Vergnügen Ich weiss zwar nicht wie, aber das Hindernis haben wir irgendwie überwunden Gewässer Plan müsste die Energiequelle im nächsten Raum sein ööööööööööööööööööööööhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was hat Alarm ausgelöst? Schnell raus, hauen ab! Es war knapp. Zum Glück sind alle ohne Deck rausgekommen. Wir müssen einfach die Gewickele haben, sonst ist sie mir einfach ausgeliefert. Das nächste Mal muss einfach alles klappen. Wie kann das sein? Wie kann was sein? Es kommt! Es kommt! Mach schnell! Es läuft jetzt so schön gelb! Ja, ich mach mich noch ein bisschen super! Mach schnell! Mach mal! Ja, ich mach! Ja, ich mach! Komm mal! Ja! Nein! Nein! Komm mal! Ja! 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 Ich habe sicher! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020